Das ist doch lächerlich, was soll das? Du kannst mich doch nicht einfach aus meinem Roboteranzug schmeißen. Herr Schrott, hilf mir! Herr Schrott, Hilfe! Acht, neun, zehn, versteckt oder nicht, hier komme ich. Hä? Grissel? Grissel! Grissel ist hier? Was starrt ihr mich so an? So interessant ist es auch nicht. Verschwindet! Was will Grissel hier? Wenn Grissel im Versammlungsbaum hängt, bedeutet das nichts Gutes. Nein, ich bin nur schlafgewandelt. Dann habe ich mich verlaufen und bin hier gelandet. Aber wenn du geschlafen hast, warum hast du dann eigentlich keinen Schlafanzug an? Oder deinen riesigen Roboteranzug. Was? Ich soll zugeben, dass mich mein neuer Roboter rausgeschmissen hat? Das ist mir zu peinlich. Hm, wahrscheinlich hat er es nicht anders verdient. Ich finde, Grissel sieht wirklich traurig aus. Hm, endlich ist der Augenblick gekommen. Ab heute werdet ihr alle nach meinen Regeln leben. Und noch was, Sonnenbärchi, wenn ich meinen Roboteranzug nicht anhabe, ist mir kalt. Also mach es gefälligst wärmer, aber Dalli, Dalli! Pupsi-Bärchi, ich will, dass du mir ein belegtes Brot holst. Grummel-Bärchi, du bist von allen hier der Normalste und wirst ab sofort meine rechte Hand, Bärchi. Bewegt euch, Plüschbuschel! Ich glaube, da kann wohl jemand ein paar Glücksstrahlen gebrauchen. Bitte, was für Strahlen? Was habt ihr mit mir gemacht? Wir wollen einfach nur, dass du glücklich bist. Und der Lutscher ist auch noch für dich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sag doch einfach Dankeschön. Dankeschön. Ach, das ist doch alles Unsinn. Grissel hat sich beinahe bei uns bedankt. Und wir sollen dir wirklich nicht helfen? Hä? Es funktioniert! Und jetzt, passt auf! Möglicherweise finde ich die Antwort zu meinem Energieversorgungsproblem dort unten im Wolkenland bei diesen widerlichen kleinen Plüschpuscheln. Überall Regenbogen. Halt! Was ist das? Sieht wie ein Stromerzeuger aus. Genau so etwas brauche ich. Wir werden einen kleinen Ausflug machen, um Energie zu tanken. Oh ja, ich habe verstanden. Also gut, ihr Lieben. Wir haben heute noch sehr viel Arbeit vor uns, um unsere Regenbogenfeier vorzubereiten. Ich werde die Schilder für die Parade aufstellen. Und ich werde alle Luftballons aufpusten und damit die ganze Stadt dekorieren. Ich werde das Festessen vorbereiten. Überraschung! Ich wollte nur, dass jeder von euch weiß, dass ich eine super geheime Überraschung für heute Nacht plane. Jeder von euch hat eine eigene Aufgabe, nur ich nicht. Was kann ich denn tun? Weißt du, da du so gerne teilst, solltest du überall herumgehen und wo immer du gebraucht wirst, deine Hilfe anbieten. Ja, das ist genau das Richtige für mich. Kann ich dir vielleicht etwas helfen, Upsi? Na ja, ein wenig Hilfe wäre wirklich nicht schlecht. Und was ich noch sagen wollte, Upsi... 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 Ja, Meister. Komm schon, wir müssen den Stromerzeuger stehlen. Eins, zwei, drei... Tassen taufrischer Pfefferminze. Teile gern, Berchi. Warum bist du denn noch nicht im Bett? Weil ich noch trainiert habe. Du musst dich doch ausruhen. Das ist viel wichtiger als spielen. Komm schon, es ist Schlafenszeit. Nein, ich kann jetzt nicht schlafen gehen. Oh. Ich muss doch noch trainieren. Also schön, lasst uns anfangen. Oh. Meinst du wirklich? Du siehst ganz schön übermüdet aus, Teile gern, Berchi. Nein. Ich bin bereit. Pfeffer! Ich bin bereit. Lasst uns mal anfangen. Teile gern, Berchi, wir sind schon mitten im Spiel. Hab ich gewonnen? Nein, du schlummerst andauernd ein. Hast du gestern Nacht überhaupt geschlafen? Nicht gerade viel. Ich hab die ganze Zeit trainiert. Oh. Ich will doch einen Orden gewinnen. Gewinnen ist aber nicht alles. Das Spiel mit den anderen zu genießen ist viel wichtiger. Ausgerechnet du musst das sagen. Du hast ja schon einen Orden. Vielleicht sollten wir heute mal nicht spielen. Eine Pause würde uns allen gut tun. Hm. Schön. Wenn ihr nicht mit mir spielen wollt, muss ich mir eben andere Berchi suchen. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Dann freut es dich auch, ihm dabei zuzusehen, wie er mir bei der Arbeit hilft. Aber erst nachdem du ihn mir ausgebockt hast. Aber ich hatte mich doch schon zum Spiel mit ihm verabredet. Er in der Werkstatt. Nein, das kann man nicht machen. Das ist ungerecht, wenn... Was denn? Natürlich. Hey. Wo sind sie hin? Wir müssen sie finden und aufmuntern. Ja, aber wem sagst du das? Oh, hallo. Streiten sich meine Freunde vielleicht auch um dich? Grünschnabel und Grizzleschickty? Um alle unsere Bauchzeichen auszulöschen? Aber es ist schiefgegangen. Jetzt verstehe ich das alles erst. Hört mal alle zu. Ich habe herausgefunden, warum ihr euch so seltsam benehmt. Upsi, Bärchi ist da. Es war Grissel. Er schickte diesen Roboter, damit er alle unsere Bauchzeichen löscht. Aber es hat nicht geklappt. Es hat aber eure Wesen verändert. Brummbärchi, dich hat es noch brummiger gemacht. Und Überraschungsbärchi, äh, noch überraschender. Ha! Und dich hat es wohl noch upsiger gemacht. Nein, hat es nicht. Denn ich habe leider keinen Bauchzeichen. Aber umso mehr bin ich um meine Freunde besorgt. Schraubenkopf macht sich auch Sorgen. Sip, sip, sip. Du hast recht, Upsi, Bärchi. Es tut mir leid, dass ich das gesagt habe. Oh, was, was, was war das? Was ist passiert? Ich fühle mich nicht mehr so brummig. Traubenkopf sagt, ihr müsst euch entschuldigen, damit eure Zeichen wieder ihre Kraft bekommen. Bärchi-Abtauchtaktik. Verbehrt und zugepelzt nochmal. Pass das nächste Mal auf, wo du abtauchst. Ist dir auch nichts passiert? Mir geht's gut. Das bisschen Wasser macht doch dem besten Bauchballspieler von Wolkenland nichts aus. Oder dem nassesten Bauchballspieler. Ich trainiere sehr hart, damit ich auch immer der Beste bleibe. Ich finde es toll, dass Sonnenschein-Bärchi sich für alles so begeistert. Ja, ganz toll. Allerdings finde ich, dass er seine Begeisterung woanders ausleben sollte. Die sehen sehr lecker aus, Hurra-Bärchi. Das freut mich sehr. Sie sind alle mit Hummelbeeren-Marmelade und Erdnussbutter. Ich kann nichts mehr sehen. Oh, Entschuldigung. Oh, hey, ist das Hummelbeeren-Marmelade? Ja, das war unser Mittagessen. Äh, diesen Blick kenne ich. Mein Ballspieltraining geht euch auf den Pelz. Ich werde am besten woanders hingehen. Du hast jetzt nicht etwa das vor, was ich denke. Keine Sorge, lieb mich Bärchi. Ich bin nicht hergekommen, um zu üben. Ich dachte, du könntest mir helfen, einen Ort zu finden, an dem ich üben kann, ohne meine Freunde zu stören. Oh, ich liebe es zu helfen. Ja, der Regenbogenpark. Das ist der fröhlichste Ort in Wolkenland. Es ist ein wunderschöner Park mit einem Bach voller schillernder Seesterne. Blühender Gänseblümchen und wilder Hummelbeerenbüsche. Das klingt gut. Dort habe ich endlich genug Platz für mein Balltraining. Es freut mich, dass ich dir helfen konnte, aber pssst, wir sind hier in einer Bibel. Ach ja, für was denn, Brummbärchi? Für meine neue Erfindung. Und ich möchte, dass du sie für mich testest, Schmusebärchi. Du wirst begeistert sein. Oh, dann bin ich also dein Testbärchi. Äh, nicht für diese Erfindung. Ich bin noch nicht ganz fertig damit. Oh, du machst es aber spannend. Was soll das sein? Das wirst du noch früh genug erfahren. Komm mit. Das da ist die Erfindung, die du für mich testen sollst. Toll, das ist großartig. Nein, es ist sogar brillant. Ehrlich gesagt weiß ich nicht. Du weißt nicht, was du damit anfangen sollst? Ganz und gar nicht. Das, mein schmusebäriger Freund, sind Springstiefel. Springstiefel? Ja, genau. Probier sie einfach mal aus. Oh, 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 die sind fabelhaft. Oh, 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 oh. Kannst du bitte draußen weiter probieren? Mir wird schon vom Zusehen ganz so... Windelig? Oh! Hallo, Sonnenschein-Bärchi! Hallo, Schmuse-Bärchi! Jetzt bin ich hier! Was? Wo? Wie? Hey! So etwas nennt man Hockepack. Das macht Spaß, Schmuse-Bärchi! Mit diesen Stiefeln kann man bestimmt meilenweit springen! Ja, damit kann man auch ganz bestimmt ganz tolle Mutproben machen! Lass es uns ausprobieren! Bist du auch mutig genug, um über diese Hecke dort zu springen? Das wirst du gleich sehen! Ah! Diese Springstiefel sind wirklich das Aller-Allerbeste! Ich finde, sie sieht schon sehr gut aus, Brom-Bärchi! Oh! Jetzt weiß ich, was du meinst! Das Problem ist nur, dass meine neue Maschine so kompliziert ist, dass zwei Hände nicht reichen, um sie endlich fertigzustellen! Ja, aber warum lässt du dir dann nicht helfen? Überraschung! Au! Au! Wir sind hier, um dir zu helfen! Das ist ja toll! Die Maschine ist aber riesig! Äh, Brom-Bärchi, wofür sind denn die ganzen Schalter hier? Ah! Fass bloß nichts an! Oh! Oh! Das ist eine hochempfindliche Maschine! Warum zeigst du uns nicht einfach, was wir als erstes tun sollen, Brom-Bärchi? Also, eins sag ich euch gleich! Ihr dürft euch keine Fehler erlauben! So sieht die Funkensprühmaschine im Moment noch aus! Und so soll sie später einmal aussehen! Ähm... Also dann, macht euch an die Arbeit! Ah! Ah! Außer dir, du könntest einfach nur zuschauen! Ich werde zuschauen! Weißt du, was ein Bärchinger Doppelhaken sein soll? Ich möchte Brom-Bärchi auch gerne helfen! Was kann ich tun? Ich glaube, wir könnten Brom-Bärchi die Arbeit etwas erleichtern, wenn wir ihm sein Werkzeug so nah wie möglich bereitlegen! Mhm! Hm-hm! Oh! Verbehrt und zugepelzt nochmal! Wer hat mir denn das ganze Zeug hier in den Weg gelegt? Was machst du denn da? So sieht deine Maschine viel fröhlicher aus! Es ist egal, welche Farbe sie hat! Sie soll einfach nur funktionieren! Hier, probiert doch mal die Sorte! Mh, lecker! Wir müssen uns langsam auf die Eisparty am Wochenende vorbereiten! Ach, wir haben doch noch so viel Zeit! Hurra, Bärchi! Hier ist deine Lieblingssorte! Nein, ich habe genug! Und ich glaube, die anderen auch! Wir können nicht die ganze Zeit nur Eis essen! Natürlich können wir! Es ist doch genug da! Jetzt können wir jeden Tag eine Eisparty machen! Ich kann nichts sehen! Upsi! Ich kann nicht aufstehen! Verbehrt und zugepelzt nochmal! Puh, was ist mit uns passiert? Zu viel Eis! Und wenn man zu oft und zu viel von einer Sache hat, ist es nichts Besonderes mehr! Eis ist nur ab und zu lecker, aber eben nicht die ganze Zeit über! Außerdem ist es nicht gut für uns, so viel Eis zu naschen! Ja, irgendwie fühle ich mich auch nicht besonders gut! Mein Bauch fühlt sich auch so merkwürdig an! Ich möchte jetzt nur noch ein kleines Nickerchen machen! Nein, steht alle auf! Hört gut zu! Wir werden jetzt alle wieder das leckere Eis abtrainieren und dabei trotzdem eine Menge Spaß haben! Hurra, Bärchi hat recht! Kommt schon! Oh, das sieht aber sehr lecker aus! Ist es auch! Es kommt frisch aus meinem Garten! Ich habe uns Hummelbärensaft gemacht! Upsi Bärchi hat die Beeren ausgedrückt, aber... Oh, ich hoffe, dass die Beeren nicht färben! Halt nicht weiterspielen! Teilegern, Bärchi! Was ist das denn? Es tut so weh! Ach, herrje, ich weiß, das kann ich mir vorstellen! Hab keine Angst! Kein Grund zur Sorge! Nichts Ernstes! Es sind nur ein paar kleine Kratzer! Ich kümmere mich um dich! Es tut mir so leid, Teilegern, Bärchi! Wenn ich doch nur nicht die Idee gehabt hätte, Bauchzeichenfang zu spielen! Schon gut, Sonnenschein, Bärchi! Ich weiß ja, dass du nur wolltest, dass wir Spaß haben! Ja, Spaß! Arme Teilegern, Bärchi! Es ist alles nur meine Schuld! Ich dachte, ein Sonnenscheinbärchi zu sein, wäre das Beste auf der Welt Schraubenkopf! Ich will doch nur, dass alle lustig und fröhlich sind! Aber weil ich wollte, dass alle ihren Spaß haben, hat sich Teilegern, Bärchi verletzt! Vielleicht ist es ja besser, kein Sonnenscheinbärchi mehr zu sein! Ah! Von heute an... ...bin ich sorgsam, Bärchi! Meine Mission? Darauf achten, dass alle ganz doll aufpassen und sich keiner mehr wehtut! Sorgsam Bärchi weiß auch schon ganz genau, wo er als erstes anfangen muss! Was hast du vor, Amigo Bärchi? Dein Wagen könnte den Hügel hinunterrollen! Das soll er ja auch! Harmonie-Bärchen und ich wollen ein Bettrennen machen! Warum trägst du ein Handtuch um deinen Hals? Das ist kein Handtuch! Das ist ein Umhang! Und mein neuer Name ist... ...sorgsam Bärchi! Das, was ihr beide davor habt, ist sehr gefährlich! Den Zaun zu streichen soll eine wichtige Aufgabe sein! Hurra und Sonnenschein-Bärchi wollen doch nur, dass ich Brummbärchi aus dem Weg gehe! Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem wichtigen Bärchi für eine wichtige Aufgabe! Weißt du vielleicht, wo ich so ein Bärchi finden könnte? Oh nein! Grissel! Was willst du denn hier? Immer wenn du hier unten auftauchst, gibt es Ärger! Nein, diesmal nicht! Im Gegenteil! Ich will alles, was ich euch angetan habe, mit einem Geschenk wiedergutmachen! Ein Geschenk für alle Glücksbärchis in Wolkenland! Ein Geschenk? Und was für ein Geschenk ist das? Ein Grissela... Eine Griserfindung, die ganz Wolkenland nach euren Lieblingsblumen duften lässt! Eine Griserfindung? Und woher weiß ich, dass du mich nicht austricksen willst? Ich kann dein Misstrauen verstehen! Ich mache dir einen Vorschlag! Du kommst mit mir mit und bringst euer Geschenk nach Wolkenland! Du siehst also, dass der liebe Grissel dich nicht austricksen will! Ähm, ich weiß nicht so recht! Hm, ich könnte auch ein anderes Bärchi fragen, ob es mir hilft, euer Geschenk zu holen! Vielleicht Dumm-Bärchi oder wie war nochmal sein Name? Streitegern-Bärchi oder so ähnlich! Vielleicht, ähm, könnte ich mir ein Wolkenauto leihen und damit das Geschenk abholen! Den Zaun kann ich auch noch streichen, wenn ich wieder zurück bin! Ist das deine Griserfindung? Hä? Es sieht jedenfalls danach aus und irgendwie riecht es hier auch nach Hummelbären! Hummelbären? Ich meine, ja, natürlich! Das ist mein persönliches Geschenk an Wolkenland! Sekunde! Das ist doch... Das ist doch die Farbe, die ich rieche! Hier, siehst du? Upsi! Ich sehe mal nach, ob Upsi-Bärchi vorankommt! Sag ihm gleich, dass der Zaun noch zwei weitere Anstriche braucht! Nein, drei! Am besten machst du vier draus! Rum, Bärchi! Ist ja schon gut! So, hier kommt unser Essen! Ich esse schmecken! Du liebst mich, Bärchi! Ich bin hinter dir! Ah, es ist aber ganz los! Ich bin schneller! Da, euer Reis! Hallo, Freunde! Wer von euch möchte noch ein Eis haben? Ich habe tolle Sorten! Wir wollen! Oh, das tut mir aber wirklich sehr leid! Ich habe kein Eis mehr! Oh, wie schade! Kein Problem, Amigo-Bärchi! Trotzdem danke! Vielleicht morgen wieder! Ja, manana, aber ihr müsst früh kommen! Danke, lieber Clown! Was für ein Ballantier soll das denn sein? Äh, eine Brezelschlange? Riech an der Blume! Hereingefallen! Upsi-Bärchi, alles in Ordnung? Ja, aber wer hat diesen Clown zu unserem Picknick eingeladen? Sonnenschein-Bärchi! Nein, habe ich nicht! Ich dachte, du warst das Brummbärchi! Ich? Wieso sollte ausgerechnet ich einen Clown einladen? Hm. Ah! Es ist Grissel! Das ist richtig! Und ich habe einen kleinen Freund mitgebracht! Mein neuer Robo-Stampfer wird euer Wolkenland glatt wie eine Briefmarke klopfen! Ha! Ich glaube, so hast du dir das nicht vorgestellt, Grissel! So ein Dummkopf! Er muss das falsch verstanden haben! Er sollte Wolkenland... Wir werden wiederkommen! Aber diesmal mit viel größeren Stampfern! Harmonie-Bärchi, was hast du dir Schönes für die Sternenscheinparade ausgedacht? Ich will mir eine neue Süßigkeiten-Geschmacksrichtung ausdenken, aber das ist gar nicht so einfach! Vielleicht kann ich dir helfen! Danke, aber ich weiß, dass du Wichtigeres zu tun hast! Ich glaube, ich schaffe das alleine! Ach, das dauert doch nicht lange! Lass mich einfach mal probieren! Oh, nach was schmeckt das hier? Das sind super saure, limonenschaurige Zitronenkringel! Sind die nicht großartig? Ja, großartig! Ah, sie liebt die Kringel! Sie wird es jedem erzählen! Am besten, ich mache noch mehr! Hast du Harmonie-Bärchi-Süßigkeiten probiert? Ja, sie sind sehr sauer! Als Schraubenkopf davon gekostet hat, hat er sogar seine Halsfeder verloren! Also viel Spaß noch beim Aufräumen! Ich muss noch nach den anderen Bärchis sehen! Wir haben noch eine Menge Lauf wegzuhaken! Lass mich auch mal! Ich möchte auch mal! Es ist noch so viel zu tun! Ich sehe lieber nach, wie weit Heiligern-Bärchi mit den Blumen ist und dann mache ich den Stern! Hurra, Bärchi! Da bin ich aber froh, dass du vorbeigekommen bist! Was ist denn los? Ich habe leider nicht genug Blumen für die Parade in meinem Garten! Was soll ich jetzt machen? Hm, in der Nähe vom Wolkenhügel habe ich ganz viele wilde Blumen gesehen! Danke dir für deine Hilfe, Hurra, Bärchi! Das sind genau die Blumen, die ich brauche! Ich bin froh, Bärchi!